Dieter Bohlen, kurz nach DSDS herrschen klare Verhältnisse Kurz nach der neuen Ausgabe von der DSDS sorgt Pop-Legende Dieter Bohlen für klare Verhältnisse. Die Konkurrenz hat das Nachsehen. Er ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten des Landes, Dieter Bohlen. Jeder kennt den einstigen Modern Talking Star, jeder hat die DSDS-Legende schon im TV gesehen. Vor einigen Tagen ist nun auch die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar gestartet. Und neben Rapperin Loredana, Schlagersängerin Beatrice Egli und Popstar Pietro Lombardi sitzt natürlich auch wieder Dieter Bohlen in der Jury. Gewohnt bissig, gewohnt meinungsstark präsentiert sich der 70-Jährige. Und kommt damit auch beim Publikum wieder bestens an. Das zumindest lassen die Quoten vermuten, die am Sonntagmorgen vom Branchenmagazin DWDF veröffentlicht wurden. So wollten in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 0,56 Millionen Menschen die DSDS-Castings mit Dieter Bohlen sehen. Bohlen setzt sich im Show-3-Kampf durch. Ein Marktanteil um 20.15 von 12,2%. Damit bleibt Deutschland sucht den Superstar konstant, konnte man doch mit den vergangenen Folgenreichweiten von 12,4 und 12,3% verbuchen. Weiterer Pluspunkt, man konnte sich gegen die Konkurrenz von ProSieben durchsetzen und klare Verhältnisse schaffen. Da hatte man auf den Bundeswissen Comedy Contest gesetzt und lediglich 0,45 Millionen Zuschauer an die TV-Geräte fesseln können. Ein Marktanteil von 10,5%. Besser schnitt da noch der Quiz-Champion im ZDF ab. Wie DWDL berichtet, konnten die Mainzer 0,54 Millionen Zuschauer zum Zusehen bewegen und damit eine Quote von 11,3% einfahren. Meist gesehene Sendung bei den jungen Zuschauern wurde dagegen die Tagesschau um 20 Uhr mit 1,06 Millionen Zusehenden und einer Quote von 22,7%. Dicht gefolgt vom ARD-Brennpunkt zur Tötung des Hisbollah-Chefs Nasrallah mit 0,84 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,1%. Bis zum nächsten Mal.